Wie krank ist es, zum Beispiel, ist es ja geschlafen rum, alles kalt kommt. Regenwasser in der Wohnung, Schimmel, wohin das Auge reicht. Seit drei Jahren lebt Abdul Sata Amiri mit Frau und Sohn in dieser Wohnung in Borken. Die Hessenschau hat er im Juni von hier berichtet, die Lage hat sich seitdem verschlechtert. Im Winter ist das Haus quasi unbewohnbar, die Heizung funktioniert seit Jahren nicht. Geduscht wird mit Eimer und Topf. Das Drehen ist für uns schwierig, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass unsere Kamera beschlägt. Ein Bewohner der Siedlung ist gelernter Schweißer. Er hat die Heizung immerhin in ein paar Häusern wieder zum Laufen gebracht. Der Zustand weiterhin gefährlich. Verantwortlich dafür die Atlanta Immo GmbH mit Sitz in Frankfurt. Ihr gehören die Häuser. Das Unternehmen ist Teil eines Geflechtes hessischer Firmen. Die Zuständigkeiten und Namen wechseln immer wieder, die Personen dahinter bleiben gleich. Auch in Wabern besitzen sie Häuser. In Ottostraße, Bahnhofstraße, Truschelweg, Siedlerstraße finden sich solche Schrottimmobilien. Auch hier undichte Dächer, kaputte Heizungen. In einer der Wohnsiedlungen finden wir einen Mann, der mit uns sprechen möchte. Ich bin der Anteil des Passischen Rundfunk. Wäre das okay für Sie, wenn die Kollegen einmal rüberkommen mit der Kamera? Im Treppenhaus gibt es kein Licht. Die Leute stürzen, müssen immer mit Taschenlampe oder mit Handys rauf und runter gehen. Und wir haben auch teilweise Schimmel in dem Haus. Und wir haben auch hier Familien drin mit kleinen Kindern. Die müssen das alles einatmen. Also es ist manchmal, sage ich ganz ehrlich, menschenunwürdig, in diesen Häusern überhaupt zu leben. Aber wir müssen halt hier leben. Und bleibt uns ja nichts anderes. Aber es gibt ja nichts anderes. Angemessener Wohnraum, ein Menschenrecht. Die Vermieter kümmert das offenbar nicht. Unsere Recherche ergibt, das Geflecht aus Atlanta, Immo, GmbH und Plan B besitzt in Wabern laut Bürgermeister rund 85 Wohnungen. In Borken sollen es weitere 96 sein. Auch im bayerischen Wildflecken und im osthessischen Flieden vermieten die Firmen Immobilien. Ein Objekt in Offenbach und 13 in Bad Berleburg in NRW haben sie gerade wieder verkauft. Zwischen all diesen Immobilien gibt es einen Zusammenhang. Den Geschäftsführer der Betreiberfirmen, Olaf Bothe. Sein ehemaliger Mitgeschäftsführer ist Dimitri Paarhofer. Der ist offiziell schon vor drei Jahren aus dem Geschäft ausgestiegen und lebt jetzt offenbar in Dubai. In seinen öffentlichen Instagram-Posts lässt er kleinwüchsige Menschen als Weihnachtselfen posieren. Darauf verlinkt seine Firma in Dubai. Die hat denselben Namen wie die Firma, die bis zuletzt Ansprechpartner für die Schrottimmobilien in Hessen war. Die Dubayer Firma vermarktet Luxusimmobilien. Der inzwischen hauptverantwortliche Olaf Bothe ist quasi nie zu erreichen. Auch auf unsere Fragen reagiert er nicht. In Wabern sorgt die Funkstille für Unmut. Manche Mieter zahlen aus Protest schon länger keine Miete mehr. Wohnungen wie hier am Waberner Bahnhof müssen von der Gemeinde teilweise für unbewohnbar erklärt werden. Dem Bürgermeister sind sonst die Hände gebunden. Wir als Gemeinde können nur auf der Grundlage des Wohnungsaufsichtsgesetzes handeln. Wir können Sanierungen anordnen. Wir können im Rahmen der Ersatzvornahme tätig werden. Wir können Wohnungen für unbewohnbar erklären. Neben den baulichen Mängeln stehen die Gemeinden auch noch vor dem Problem nicht bezahlter Abgaben wie für Abwasser oder Grundsteuer. Das Geld dafür müssen sie umständlich von den Besitzern eintreiben. Gemeinsam mit der Stadt Borken hat Steinmetz deshalb einen Brief ans Wirtschaftsministerium geschrieben. Von Landes- und Bundespolitik erhofft er sich mehr rechtliche Handhabe im Umgang mit den Schrottimmobilien. Rolf Waldeck aus Borken will nicht auf die Politik warten. Jahrelang als Sozialarbeiter aktiv koordiniert er nun die Mieter mit ihren rund 40 Einzelklagen. Wir klagen darum, dass die Wohnungen wieder repariert werden oder die Häuser repariert werden. Ich denke, es wird so weit kommen, das wäre so meine Idealvorstellung, dass wir dann die Zahlung der Mieten einstellen, dass wir ein Sonderkonto einrichten, wo die Mieten draufgezahlt werden und wir dann in einer Art Selbstverwaltung die Reparaturen durchführen können. Mieter und Behörden suchen also bereits nach einer Lösung und versuchen die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Sinn hinter deren dubiosen Geschäften mit Schrottimmobilien und wie die Besitzer davon profitieren, das bleibt aber erstmal ein Rätsel. Mieter und Behörden